Wo liegst denn du? Gerade da hinten. Hoffentlich nicht von meinem. Kim ist schon unterwegs, gut aber. Ja, dann würden, warte mal, wen haben wir denn da hinten? So, und jetzt gehen wir, kann ich gerne machen, weil ich würde das gerne hier weiterbauen einfach. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen in meiner Phase, wenn das okay ist. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Dann macht das doch wunderbar. Vorwärts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich nehme sie gerade mal komplett alle hier ich habe ja ich habe jetzt genug 23456 oder wir liegen hier in der mitte und was hast du drei stoff vor dem anstoffen stoff 60 noch 61 so jetzt habe ich aber ein bisschen rüstung ich kann nicht mal so schlechter so so ich bin noch einmal unterwegs ich nehme die beiden räume hier mit ein bisschen weiter kommen langsam das sieht doch schon ein bisschen nach was aus so wir brauchen um knappe 50 baumstämme ok sehr gut ja der wagen ist ja fertig das ist gut und jetzt muss ich vier gedrückt halten aber kurz das ding wieder abreißen das ist ja zu asi jetzt weil wir haben jetzt echt zu viel WTF dafür steht zu viel arbeit drin oh guck mal bitte jemand am feuer wegen fleisch fällt mir gerade ein ich habe groß fleisch auf dem bau auf dem feuer und habe das jetzt gerade ein bisschen vergessen ich vermute dass es jetzt verbrannt ist aber dann ist es weg vorsicht baumfeld scheiße und bis jetzt ist gerade meinst du so wie es jetzt gerade ist ja das ist normal weil man dann auch ein bisschen ja es ist manchmal ein bisschen öde wenn man dann wirklich die ganze nur am baum bauen ist aber man hat so seine kreativität die man so ein bisschen ausleben kann und so aber dafür das spiel liegt halt darauf ein bisschen aus dass man sich sowieso bist du deine eigene welt zusammenbaut ja gut natürlich wollen wir dann irgendwann stimme retten das ist klar das werden wir auch tun aber werden jetzt da noch nicht sofort drauf da muss ich noch ein bisschen gedulden ja das fände ich jetzt ein bisschen zu schnell ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf folgen oder so gemacht und ein bisschen zufrieden zu viel da bist du raus dann machen wir noch immer mal jetzt auch feierabend würde ich sagen und wir können ja morgen noch mal ein bisschen ich weiß noch nicht morgen 16 17 uhr und sowas 18 uhr rum ich schreibe einfach mal in die plästischen rum habe ich eine gemacht und dann machen wir da auf jeden fall ich hab leider nicht ja hier liegt zum Beispiel auch noch einer ne kriegt er nicht ja wir brauchen noch Stöcke genau ich hab dich ja wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir wir brauchen ja genau und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder auf dem Licht dann bis dahin oder auf Wiedersehen Totau